Benelli Leoncino 125 Die kleinste in der Leoncino-Familie, jetzt mit 125 Kubik, ideal für den B196 Führerschein-Erweiterung, besticht durch ihr markantes, äußeres und außergewöhnliches Design. Ausstattungsdetails wie Komplett-LED-Scheinwerfer, Blinker, Rücklicht, TFT-Digital-Display, wassergekühlter Motor sprechen bei diesem absoluten Preis-Leistungsverhältnis von derzeit 3.499 Euro inklusive Liefernebenkosten für sich. Ein erwachsenes Motorrad, das in diesem Design seinesgleichen sucht. Kleine, verliebte, ja, muss sagen italienische Details, wie die integrierte Schriftzug 125 oder dieser Leoncino Schriftzug beziehungsweise das Markenlogo als 3D-Modell auf dem vorderen Kotflügel. Selbst im LED-Scheinwerfer, der Leoncino Schriftzug integriert. Schöne, bequeme Sitzbank ohne extreme Abstufung, sodass auch das Platzangebot ein bisschen frei gewählt werden kann. Einstellbarer Handbremshebel Integriertes Rücklicht in LED-Version Abschließbarer Tankdeckel Und das Display Gemüse 11 Überrasch Leoncino Felgenrandaufkleber, 35 mm Upside-Down-Gabel, Benzinverbrauch nach Euronorm 2,2 Liter auf 100 Kilometer, sind nicht nur sparsam, Fahrzeug bringt auch ansonsten sehr viel Fahrfreude. Benelli Leoncino, 125 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020